Servus und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Weiter gehts im Programm. Wir haben ein bisschen Bäume geerntet, darüber ist schon wieder einer gewachsen. Ich habe vergessen, die Setzlinge aufzusammeln. Ist toll. Na, läuft. Na, läuft bei mir. Moment. So, läuft bei mir. Dann laufen wir mal hin. Dann holen wir uns noch die zwei Bäume her. Oh, ein paar alle Setzlinge sind noch hier. Das ist gar nicht so schlecht. Die nehmen wir uns doch gleich mit. So, dann zimmern wir mal. Achso, wir könnten eigentlich schon gleich. Wir könnten auch klein ein paar Fischte-Dinger machen, weil wir brauchen ja Fischte, weil wir zu reden. So, dann schauen wir uns doch mal. So, oh ja. So. Können wir eigentlich schnell alle weghacken, oder? Wenn wir immer dabei sind. Wir dürfen bloß nicht vergessen, die ganzen Setzlinge aufzusammeln. Weil sonst ist scheiße. Wir dürfen wieder losreiten. Ich weiß nicht. Wir dürfen nicht. Wir sehen, dass sie mit so einem solchen Schiffen Es braucht keinen Schwein, aber es ist eine schöne Sache So, dann können wir das erstmal reinputzeln hier alles Müssen wir auf jeden Fall noch ein Feuer bauen Dann tun wir hier erstmal Hier erstmal alles ranpratzeln hier Aber das ist nicht öffert Oh, das wollten wir nicht So Hey, du Drecksack Ich will hier nicht runter Es hat erstaunlich weit gereicht Wieso habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht Ich will hier nicht Die Frage der Fragen ist bleibt das muss daran bleiben den holen wir uns wieder und das würde ich machen und die liegen also wir wollten jetzt wir haben wir oben in krafting ja das war sinnlos dann machen wir lieber sowas die hätten wir dann müssen wir noch das ist natürlich auch sehr für einen vorteil wenn wir das so machen ich denke mal mit der hier macht sich das dann doch besser ja genau so habe ich mir das gedacht so kommt das richtig gut dann müssen wir hier noch ein paar pürschen rein machen so Ach, oh je, ne, ne. So, Eigenschulden wir ja da unseren Dingsel machen. Den Stall, ne. Wir müssen uns jetzt mal kurz beeilen, weil wir brauchen die Dings. Die Sitzlinge. Zumindest zwei große Bäumchen haben wir da noch rausgekriegt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, hier haben wir wieder was Neues. Die Sitzlinge holen wir uns nachher, wo wir schrinden. Ja. 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 Abonniere. Da. Ja. 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 da haben wir noch ein setzling da haben wir noch ein setzling hier sind keine mehr schade eigentlich schade schade zumindest können wir jetzt auch die beiden färts machen oben brauchen wir ja keine fensterläden eigentlich du bist nicht gut ich will lieber den so 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 Was macht schon ein schönes Ambiente hier, ne? Ambiente, er hat Ambiente gesagt. Was macht schon ein bisschen? So, die können wir auch gleich wegräumen hier. Dann müssen wir uns bloß überlegen, wie wir das Dach machen, ne? Oh, jetzt haben wir 38 Setzlinge. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde halt... Ich würde halt... Ich würde halt... Ne, einfach nur ein simples Dach hier oben drauf ballern. Ich würde hier auch... So was wie... Dass das nicht so eintönig aussieht, ne? Auf jeden Fall noch mehr Holz. Gehen wir gleich erstmal anpflanzen und versorgen. Hier oben strömenden Regen. Und dann noch ein. Mal sehen, das ist gut. Können wir eigentlich schon gleich noch die anpflanzen für den nächsten Mall. So... Wir sind halt jetzt echt auf die Stings warben. Weil... Ja, so 15 Digga, wir machen heute nicht mehr. Wir sehen zu, dass wir... Wir könnten eins noch machen. Obwohl... Ja, 15... Das kann man in der nächsten Folge machen. Werden wir worten. Werden wir worten, dass wir... Äh... Das hier... Ja, sag schon... Dass die Bäume noch gewachsen sind. Könnten wir das machen der Weile. So, dann würde ich sagen... Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag... Ciao. Mit V. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.